Aufnahmestarterunion. Alter, jetzt drittes Mal, das ist dieses scheiß Aufnahmestarter. Ich hoffe, man hört mich, wenn ich rastisch aus. Ey, ey, es ist 2 Uhr am Morgen, wir zocken wie Behinderte. Du meinst von er, wir haben's Fehler. Hast du morgen nicht keine Uni, Alter? Was, Uni? Ach ja, richtig, ich geh ja zur Uni. Scheiß drauf. Alter, nee, man, jetzt soll ich zur Uni gehen, man. Solang's CSGO gibt, ist alles gut. Nee, aber echt, ich schau mir die Dings, also ich mach doch eh im Moment keine Uni mehr so. Ich hatte gestern auch ne Prüfung eigentlich. Ah, easy. Scheiß drauf. Ich bin nicht hingegangen. Oder war's heute? Warte mal. Was ist heute für... Achso, ihr habt technisch gesehen? Ja, eben. Gestern, ja. Also Mittwoch. Welcher Speicherstand. Also am Tag zwischen Dienstag und Donnerstag. Warte mal, sei mal ganz kurz leise. Halt mal kurz die Fresse. Ich muss jetzt mein Let's Play ankündigen. Hey! Hey Boys! Willkommen zu Let's Play! Hey! For... Äh, Dishonored ist das, äh... 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 Ich bin euer Drache... D... 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 Ja, passt gut. Ach nett. Ich würde mal runter werden. Wo ist denn das Ding, Alter? Wo ist denn da? Wo ist denn das Ding, Alter? Ist ja schon da. Oh shit. Oh shit. Oh, oh my god. Ich habe es geschafft. Ich habe nicht gesuckt für eine Sekunde. Oh, Respekt. Welche Level bist denn du jetzt? Ich weiß es nicht. Ich spiele immer noch das eine Team Deathmatch, glaube ich. Oder warte, es kann sein, dass es schon ein paar Mal beendet wurde. Eigentlich weiß ich das überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wie die Matches ablaufen. Ich hoffe, die Aufnahme war jetzt gut. Geh nochmal leise. Äh, leise. Noch mal laut. Geh? Ich weiß nicht, Leute. Wahnsinn. Ich weiß nicht. Geh Fourth. Vielen Dank.